Willkommen zu meinem Review-Video des Robot Vakuum Cleaner Wi-Fi Connected Mini Robot Vakuum Cleaner Cleaners von Amazon. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses Produkt erzählen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, ob es das Richtige für Sie ist. Der Robot Vakuum Cleaner unterstützt vier intelligente Reinigungsmodi, darunter automatische Reinigung, zufällige Reinigung, Reinigung entlang der Wand und manuelle Reinigung. Sie können frei zwischen verschiedenen Modi- und Leistungsstufen wechseln und den Roboterstaubsauger über die App steuern. Mit dem 1800 mAh Lithium-Eisenphosphat-Akku des Robot Vakuum Cleaner können Sie bis zu 100 Minuten lang saugen, bevor er automatisch zur Ladestation zurückkehrt. Die OKP-App ermöglicht eine einfache Steuerung des Robot Vakuum Cleaner, einschließlich der Erstellung eines Reinigungsplans, der Änderung des Reinigungsmodus und der Steuerung der Reinigungsrichtung. Der Roboterstaubsauger ist auch mit Alexa und Google Assistant kompatibel, sodass Sie ihn per Sprachbefehl starten und stoppen können. Mit der FreeMove-Technologie 3.0 Plus und den verbesserten integrierten 6D-Sensoren reinigt der OKP-Roboterstaubsauger Ihr Zuhause auf effiziente Weise und verbraucht dabei weniger Strom als bei zufälliger Reinigung. Der digitale Motor des Robot Vakuum Cleaner ist leistungsstark und verhindert das Verheddern von Tierhal. Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Robot Vakuum Cleaner die Anweisungen sorgfältig durch. Sie erhalten 36 Monate technischen Kundenservice ab dem Kaufdatum. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen. Ein Kunde sagt, dass der Robot Vakuum Cleaner zu einem Spitzenpreis einwandfrei funktioniert. Ein anderer Kunde empfiehlt ihn sehr gerne. Ein weiterer Kunde ist überrascht, wie viel Staub und Schmutz der Roboterstaubsauger entfernt. Ein Kunde bemängelt, dass der Robot Vakuum Cleaner gegen Gegenstände fährt und die Akkulaufzeit nicht so lang ist wie bei dem Vorgängermodell. Insgesamt hat das Produkt eine durchschnittliche Bewertung von 4,1 von 5 Sternen basierend auf 4005 Bewertungen. Zusammenfassend ist der Robot Vakuum Cleaner Wi-Fi Connected Mini Robot Vakuum Cleaner Cleaner von Amazon ein großartiges Produkt, das Ihnen Zeit und Mühe spart. Es ist einfach zu bedienen und bietet eine Vielzahl von Reinigungsmodi und Funktionen. Wenn Sie nach einem zuverlässigen und effizienten Roboterstaubsauger suchen, ist der Robot Vakuum Cleaner eine ausgezeichnete Wahl. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie damit meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.